Hallo ihr Lieben und Ola und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Bremen Road. Ich habe irgendwie ein paar neue Sachen freigeschaltet, denn wir können hier auf der Karte eine wiederhergestellte Erinnerung finden. Das heißt, es konnte eine Erinnerung, wir haben ja immer so Erinnerungsstücken, konnte eine Erinnerung wiederhergestellt werden. Dieses Zeichen kenne ich allerdings irgendwie noch nicht, also ich weiß nicht, was uns da erwarten wird. Außerdem wurde mir gesagt, dass in der Lebensgilde das Würfelspiel Hazard zur Verfügung steht. Das heißt, wir können da ein Würfelspiel machen. Unglaublich spannend wahrscheinlich. Ich wollte jetzt hier mal eben reingehen. So. Oh cool, wir haben schon fünf Wachen innerhalb von zehn Sekunden getötet. Ach, du je. Ähm. Da fehlt uns ja noch ganz schön schön. Äh, ganz schön viel. Ah, oh Gott, wir müssen ganz viele Atemtatsserien machen. Und Doppel-Atemtate. Und den ganzen Kram. Ich wollte hier eigentlich neue Missionen kriegen. Nee, kämpfen würde ich hier eigentlich nicht. Oder? Das ist ja das, wenn ich den hier anbarber. Kommt rein! Nee, möchte ich ja gar nicht. Nee, nee, lass mal, du. Gut, dann gibt's hier gar nichts zu tun. Ich dachte, wir kriegen hier so Söldner-Aufgaben vielleicht. Aber, äh, mir ist ja gerade eingefallen, als ich diesen Ring gesehen hab, dass es da gar keine gibt. Von den Söldnern. Wir kriegen nur von den Dieben und den, äh, Prostituierten, Kortisanen, so. Kriegen wir diese Aufträge. Ich würde gerne mal gucken, was diese wiederhergestellte Erinnerung ist. Das interessiert mich nämlich jetzt schon. Ich habe nämlich eben noch etwas freigeschaltet. Äh, weil man ja immer so Uplay-Punkte sammelt bei Ubisoft. Und dann kann man hier noch was freischalten zu sich Inhalte. Deshalb haben wir auch hier so ein paar Templer-Missionen, die es so ganz normal, glaub ich, nicht gäbe. Ich glaube zumindest, dass die da hier sind. Na, geht da runter. Ach, toll. Bödes Pferd. Mag Pferde nicht. So ist man doch eigentlich viel besser unterwegs. Oh, mich juckt es gerade an der Nase. Moment. Oh. So. So, dann gucken wir mal. Mal, ob wir bald mal da sind. Und hier können wir noch was ausbauen. Oh, mit E. Wie noch doof. Für die Diva. Da ist noch ein Maler. Und ja. Huch. Wollte gar nicht springen. Wir haben ganz schön viel Geld. Das ist mir gerade aufgefallen. Wo haben wir das denn hier? Naja. Ihr wollt es. Ich habe es. Naja. Die aktuellsten Künstler aus... Die Kamera dreht sich da noch immer so bescheuert. Na. Ich springe einfach mal im Ball durch. Ich weiß gar nicht, wo genug ist das denn? Ich glaube, das war relativ weit weg. Ja gut. Dann gehen wir jetzt da so... Okay. Ich habe eine Idee, wie wir laufen können. Mal gucken, ob das so von der Karte her möglich ist. So schön. Oh, sorry. Ach komm schon. Ähm. Nach. Soll ich den angerampeln? Naja. Das ist doch doof. Wie geht es denn hier zu meiner Aufgabe? Hi. Ah, da. Das ist eine wiederhergestellte Erinnerung. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was uns da erwarten wird. Wir gehen jetzt hier mal ganz unvorbereitet rein. Und gucken mal, was das hier wird. Ob wir das schaffen. Ezio. Ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste nicht, dass du auch unkündig bist. Das klingt nach Leonardo. Was war das? Hephaestus. Oh. Hat das vorgelesen? Nein. Das ist mein Miles. Verborgene Absender. 1506. Hallo Desmond. In einer Zeit mit Rebecca, Sean und Lucy hast du vielleicht von den höherrangigen Assassinen gehört, die euer Team unterstützen. Ich bin einer von ihnen. Rebecca hat die Anweisung, diese Nachricht zu geben, wenn oder falls zu Auditoris Erinnerungen aus 1506 freigeschaltet werden. Wir hoffen, basierend auf unseren historischen Recherchen, dass wir in diesem Zeitabschnitt wichtige Informationen für unsere Mission finden können. Mit Hilfe von Rebecca werden wir deinen Fortschritt überwachen. All dies ist streng vertraulich. Deshalb darfst du darüber weder reden noch diskutieren. Ich will so wenig Leute wie möglich in diese Sache hineinziehen. Ich werde dich und Rebecca informieren, sobald die Daten, die wir suchen, gefunden wurden. Viel Glück, Desmond. Oha. Na dann. Jetzt sind wir wieder... Oder... Welche Jahre sind wir überhaupt? Jedenfalls sind wir jetzt in 1506. DaVincis verschwinden. Wiederhergestellte Sequenz. Oh, schön. Ich freue mich gerade so ein bisschen, dass ich was Neues entdeckt habe. Bist du das? Etzio, ich werde wohl langsam wirklich alt. Ich wusste gar nicht, dass du nach Rom kommst. Aber leider kann ich nicht bleiben. Ich muss ein Schiff chartern. Da kann ich dir helfen. Ich kenne einen Kapitän, der ist sehr diskret. Warte, ich habe irgendwo seinen Namen und jetzt... Woran arbeitest du? Ach, das? Nur ein Steckenpferd. Du bist doch vertraut mit Pythagoras. Äh, natürlich. Der brillante Philosoph aus Grecia, der so viele Geheimnisse der Himmelssphären und des Kosmos entdeckt hat. Diese Symbole stammen von ihm? Seit ich diesen merkwürdigen Apfel untersucht habe, haben sie sich mir in den Verstand gebrannt. In den Schriften von Pythagoras Schülern fand ich ähnliche Symbole. Ich fürchte, der Name des Kapitäns ist mir entfallen. Der Apfel ist in Sicherheit. Vielleicht konzentrierst du dich lieber aufs Malen. Du scheinst ja ganz ordentliche Arbeit zu leisten. Ha, sehr nett. Doch sogar ich sehe, dass sie nicht unbedingt gut getroffen ist. Und dieses breite Lächeln übertrieben. Bedeutungslos. Die Monalese. Vergiss die Malerei. Ich habe bei meinen Forschungen einen Durchbruch erzielt. Eine große Entdeckung gemacht. Salai! Bringst du mir? Ach, er ist nicht hier. Ich hätte dich gar nicht zum Hafen begleitet, aber einer muss hier sein und auf die Werkstatt aufpassen. Bene. Ein Kinderspiel. Ich fürchte, du unterschätzt Salai. Wir werden sehen. Wie du willst. Du findest ihn vermutlich im La Volpa Adormentata. Die Würfel sind gefallen. Leonardos Assistenten Salai in der Diebensgilde finden, zu Leonardos Werkstatt bringen. Mindestens vier Quadrate der Gesundheitsanzeige beibehalten. Behalten. Was kann denn daran ja zu schwierig sein? Zu Diebensgilde gehen. Das Tüchen. Da ist er doch. Was machen die denn da? Witzspiel! Die Haare! Fortuna wünschte, sie wäre so gut wie ich. Gian Giacomo. Ich höre nicht auf diesen Namen. Salai. Besser, doch nicht gut genug. Ja! Auf ein neues! Leonardo, euer Meister wünscht euch zu sehen. Der kann warten. Nein. Feine Kutte. Seid ihr einer von Julius Mönchen? Meine Kirche ist nicht die Gottes. Neben dem Reich Gottes liegt das Reich der Menschen. Betet ihr dort, Messere? Kommt mit und seht selbst. Das war lustig, doch ich muss gehen. Bitte, verlasst uns nicht. Das Spiel ist nicht beendet. Verzeiht, doch ich erhielt ein besseres Angebot. Geht vor, Messere. Die drei Männer vom Würfelspiel folgen uns. Bleibt ruhig. Warum? Ich spiele nicht mehr. Wir auch nicht. Feilhagel! Hallo? Na ja, kreis an. So. Ich fertige auch eine große Auswahl an Verzierungen für Balkone, Säulengänge und allem, was nach einem Hauf von Eisen verlangt. So. Das war doch leicht. Ja, und zum Glück unseren Feilhagel. Noch, den habe ich gerade so entdeckt, da habe ich mal schnell in den Assassinen-Failhagel gerufen. Nur ein Mann ist zu einer solchen Darbietung imstande. Ihr seid Ezio Auditore. Richtig! Komm, wir müssen sofort zu Leonardo zurückkehren. Ihr macht nicht viele Worte, oder? Gut. Ich laufe vor. Ihr hinterher. Aha. Ich habe eine Auswahl an exquisiten religiösen Offensivien. Wie weit ist das denn? Ach, das will ich nicht. Hermetika, eine Karte. Ach, du Scheiße. Ähm. Kann man hier die Tunnel benutzen? Ich hoffe, das war. Das ist mir jetzt zu weit. Bezirk Zentral, das müssen wir uns merken. Kann ich eigentlich plündern? Yeah. Plündern wir die mal. Ihr seht's, die haben ganz schön viel gutes Zeug dabei. Was wir gut gebrauchen können. Jetzt haben wir unseren Kram sogar schon fast voll. Noch ein Glas mit Blutigeln. Cool, wir können das hier benutzen. Ah. Nein, geht nicht. Denn dadurch wird diese Erinnerung abgebrochen. Okay, das werden wir nicht tun. Dann holen wir uns mal ein Fätschen. Das sollte doch gehen. Da. Wenn es nicht zu blöd wäre. Der Typ muss jetzt halt ein bisschen auf uns warten. Das kann er verkraften. Ich weiß außerdem gar nicht, wo ich lang muss. Aber wir finden das schon. Nochmal auf der Karte gucken. Oh, reiten wir hier mal ganz entlang und dann sehen wir weiter. Pardon. Ich bin leider noch etwas krank. What? Ach, was wollen die denn? Ach, da sind ja wieder so kack-hermetiger da. Ich reite einfach weiter. Das ist mir gerade sowas von egal. Weil, gut, sie sehen uns nicht mehr. Sehr schön. Ach, du Scheiße. Cool, die sind alle zu Fuß unterwegs und ich hier mit meinem Pferd. Toll. Nee, nicht festreiten, nicht festreiten. Weiter, 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 weiter. Oh, oh. Jetzt habe ich den nächsten hier angerettet. Ha! Geschafft! Hehehe. Es sind schon wieder welche. Was sind denn das für welche? Sie sind hartnäckig. Ich bin schon jüngern in ähnlichen Roben begegnet. Sie suchten ein Objekt, das sich damals besaß. Ihr meint den Edensplitter? Leonardo sprach davon. Er sagt mir alles. Seine Gesprächigkeit kommt uns teuer zu stehen. Wir müssen ihn warnen. Sprecht nicht weiter. Ich kenne den besten Weg. Ich nehme ihn jeden Morgen, wenn die Tavernen schließen. Folgt mir! So, dann folgen wir dem Marzuller-Werkstatt von Leonardo. Wir sind leider ein bisschen schneller als der. Das ist uns das Problem. Und wenn wir nur langsam joggen, dann sind wir zu langsam. Oh gut, doch, es geht. Ich umgehe sie! Was ist los? Das war ja eine cool Szene. Nicht auf den Dächern. Leonardo sagt, er hätte etwas Wichtiges entdeckt. Er untersucht seit Jahren eine versteckte Katakombe. Ich glaube, er kam nach Rom, um sie zu finden. Ihr ahnt ja nicht, wie er wirklich ist. Er arbeitet die ganze Zeit an dieser Sache und führt mich nie aus. Und er ist so geizig. Ich muss ihn um Geld anbetteln. Er gibt euch tatsächlich Geld? Mehr oder weniger. Was er nicht weiß, macht ihn nicht heiß. Allora, ihr kommt aus Firenze. Erzählt mir mehr davon. Gut, dann nutze ich meine Vorstellungskraft. Renn doch einfach weiter, Junge. Schön, wie ihr alle umgeht. Oh, da sind vier Stück von denen. Es ist zu früh am Morgen für ein Kampf. Folgt mir. Aber er hat keine Lust zu kämpfen, das ist toll. Dann kann ich den wenigstens schön beschützen und die 100% einsacken. Er fand den Eingang zu einem Tempel, über den er in einem Buch gelesen hat. Hallo? Geht der wieder runter? Ich drücke nach oben, erklärt er runter? Was? Dass der Tempel die vollkommene Zahl enthielt. Etwas, was von einem alten Griechen entdeckt wurde. Tja, nun. Ich kann hier direkt drüber springen. Spürt meine Klinge! Huch! Ob euch dieser Schuh passt? Machen wir mal so. Ihr wollt schnell ankommen? Dann meidet ihre Schwerter. Wie ich ihn kenne, hat Leonardo jedem davon erzählt, der ihm zuhören wollte. Habt ihr Männer in Roben in seiner Nähe gesehen? Warum sollte ich in der Werkstatt bleiben, wenn ich draußen mein Platz haben kann? So, ich hatte eben noch schnell einen Steckbrief aufgerissen. Ich war erst mit, in der müssen wir uns in den Jahres mal wieder einen Steckbrief auf. Oh. Die Steckbrief aufgerissen. Oh Gott, ich kann ihn grad nicht steuern, er macht gerade nichts mehr. Wie die auf einmal überall sind. Aber sehr cool gemacht. Also ich bin gerade sehr begeistert von dieser Mission. Ich kannte die noch nicht. Muss ich dazu sagen. Ha! Geschafft! Yeah! Oh oh. Da stand was am Boden. Wenn ihr ihn retten wollt, dann sagt mir, wo der Tempel ist. Ich weiß es nicht. Katze. Ezio. Da ist eine Nachricht auf dem Boden. Sag ich ja. Da stand er nämlich schon. Was bedankt wie? Ich kann nicht lesen. Leonardo wollte es mir beibringen. Doch bisher... Villa? Gemälde? Sollen wir Kunstwerke studieren? Schon als Leonardo damals in eurer Villa wohnte, hat er nach dem Standort der Katakomben gesucht. Einige seiner Gemälde hingen in der Galerie dort. Doch was hat das mit dem Tempel zu tun? Vielleicht hat er seine Forschungsergebnisse in einem der Rahmen versteckt. Die sind zerstört. Sie sind bei dem Angriff verbrannt. Nein, sind sie nicht. Nur Leder und Johannes. Die Borgia haben den Rest. Sechs Gemälde. Fünf. Ich sagte dem Händler, das Porträt einer Dame sei von Leonardo. Ich brauchte Geld für einen Wams. Natürlich ist er längst aus dem Morde. Wer hat die Gemälde jetzt? Lucrezia Borgia. Im Palazzo ihres Mannes bei Ferrara. Dann ist es Zeit, das Gestohlene zurückzuholen. Die fünf Gemälde finden. Naja, immerhin haben wir das hier zu 100% geschafft. Und hier ist direkt die nächste Erinnerung, die wiederhergestellt wurde. Da oben. Hier. Wiederhergestellte Erinnerung. Das ist ja toll. Das machen wir diesmal aber noch nicht. Denn, ja, die Zeit ist auch schon wieder rum. Und, ja, wir sehen uns dann in den nächsten Teil wieder mit Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Bis dann, ihr Lieben.